Ein neuer Ford Tourneo ist hier zum Verkauf angeboten. Acht Personen haben in diesem blauen 5 Thüringen Bindplatz. Der Van verfügt über ein edles Lederinterieur und zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelden, Navigationssystem, ESP, Bordcomputer und noch vieles mehr. Das 6-Gang-Schaltgetriebe des Diesel überträgt eine Leistung von 155 PS. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 34.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohaus Ködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bester Preis